Hallo, grüßt euch. Sonntag ist Video. Wir hatten ja jetzt Herbstferien und jetzt geht es zu auf die Weihnachtsferien. Das heißt, es kommen noch ein paar Videos. Ich bedanke mich auch für eure tollen Kommentare, die ihr mir geschrieben habt. Ich habe mehrere Mails von euch bekommen, dass ihr euch auch dafür interessiert, Infektionskrankheiten. Ja, da bin ich dran. Das Thema weiß ich, dass das natürlich ganz groß dazugehört. Da bin ich dran, mir auch was zu überlegen. Also deswegen da bitte ein bisschen Geduld haben. Wird im neuen Jahr definitiv was dazu kommen. Deswegen aber trotzdem auch vielen Dank für den Hinweis oder für die Tipps. Auch die anderen Themenvorschläge habe ich natürlich gerne entgegengenommen und werde auch hier entsprechend bald Videos dazu bringen. Leber war nochmal ein Thema. Kommt bestimmt auch nochmal was dazu. Galle und so werden wir auf alle Fälle uns das alles nochmal anschauen. Gut, ansonsten erinnere ich einfach nochmal dran, wenn euch das Video gefällt oder euch mein Kanal überhaupt gefällt. Ihr tut mir einen riesen Gefallen damit, wenn ihr das Ding abonniert. Hier unten irgendwo ist dann dieser Haken, wo man das anklicken kann. Und wenn ihr die Glocke noch mit dazu aktiviert, dann werdet auch immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Aber das braucht ihr eigentlich nicht, denn ihr wisst ja, Sonntag, außer in Bayern sind Ferien. Gut, wir machen heute weiter mit unserem Thema. Wir hatten ja noch mit der Haut abgeschlossen. Anatomie im letzten Video. Heute steigen wir Anatomie aus, bzw. nicht aus, sondern steigen ein, aber in der Pathologie. Hier gucken wir uns jetzt mal so die ersten großen Probleme an, weil auch hier in diesen Prüfungen immer wieder auf die großen Probleme eingegangen wird. Erstes Problem, das wir uns anschauen, Hauterkrankung, Neurodermitis. Neurodermitis, hier sieht man das. Ich habe jetzt auch diesmal so ein paar Bilder mit reingebracht und so, wie das hier aussieht. Diese Rotung an dieser Haut. Also was ist es denn eigentlich? Eine chronisch rezidivierende Entzündung der Haut. Also es ist immer wiederkehrend und es wird auch atopische Dermatitis genannt und ITIS heißt schon alles klar. Wir wissen, es handelt sich um eine Entzündung. Im Vergleich dazu gibt es dann neben der Neurodermitis die Psoriasis, die Schuppenflechte. Die gucken wir uns da nächsten Sonntag an, weil das sind dann genau diese zwei Krankheiten, die hier im so gerne gegenübergestellt werden, anhand der Symptomatik oder der Behandlungsvorschläge, die man hier tun kann. Was haben wir für Symptome? Das ganze Juck, das ist gerötet, das nässt auch Schuppen- und Krustenbildung. Die Ursache dafür ist eben diese verminderte Talgproduktion, die wir hier in der Haut haben. Auch die Schweißdrüsen sind in ihrer Produktion eingeschränkt, was dann eben zu dieser schlechten Ausbildung dieser Hautstrukturen führt. 5 Prozent der Erwachsenen sind betroffen, 10 bis 20 Prozent der Kinder. Auch hier ist es wieder eine Krankheit, die sich dann mit dem Alter so ein bisschen verliert. Das heißt also, im Kindesalter kann das noch sehr, sehr schlimm und sehr massiv sein und je älter man dann wird, umso mehr und mehr nimmt das Ganze dann ab. Also auch die Pubertät ist hier so ein Faktor, der dazu beiträgt, das Ganze so ein bisschen zu normalisieren. In den vielen Fällen ist es so, dass die Patienten nach wie vor ein Hautproblem grundsätzlich haben oder sehr empfindlich sind auf ihrer Haut, kommt, aber es wird im Verlauf der Zeit besser. Es sind auch Phänomene, die wir immer wieder beachten oder nicht beachten, sondern bemerken können, wenn es um Allergien geht. Im Kindesalter oftmals noch ganz schlimm und wenn man dann so durch die Pubertät hindurchkommt, dann wird das Ganze eben so ein bisschen besser. Gut, wo tritt das Ganze auf bzw. welche Ursachen gibt es dazu, die sind noch nicht final geklärt. Das heißt, wir halten uns hier auch so ein bisschen in dem Allergiebereich auf. IgE, Immunglobuline der Klasse E, die ja auch den Allergie Typ 1 vermitteln und übertragen, werden hier nicht ausgeschlossen. Wir haben erbliche Veranlagung, aber es ist immer festzustellen, dass eben diese Unterfunktion der Talg- und Schweißdrüsen vorhanden ist. Auch diese Allergiereaktionen führen zu diesem Juckreiz. Das ist wieder diese Mastzelle. Wer da jetzt nicht weiß, worum ich rede, bitte Video Allergien nochmal anschauen. Allergie Typ 1 ist der Soforttyp. Hier haben wir auch so ein bisschen was in diese Richtung. Bedeutet, das Immunsystem hat entschieden, dass bestimmte Stoffe für unseren Körper nicht in Ordnung sind. Dadurch gibt es eine IgE-Produktion, die sich auf die Mastzellen setzt. Sollte jetzt dieser Stoff, dieses Allergen nochmal in unseren Körper kommen, brechen diese IgEs von der Mastzelle ab. Und die Mastzelle sezerniert Heparin und Histamin. Und dieses Histamin ist eben dieser Entzündungsmediator, der dann auch diese Hautreaktion in Form von Jucken herbeiführt. Also das ist auch eine Sache, die man hier eben nicht ausschließen kann, die da mit hineinführt. Was das Ganze aber auch sehr schwierig macht für die Behandlung. Denn es sind eben viele einzelne Unterfaktoren, die dazu führen, dass es zu diesen Hauterscheinungen kommt. Und es reicht eben nicht vollkommen aus, nur eine davon wegzudrücken oder was heißt wegzudrücken, zu behandeln, um dann eben zum Erfolg zu kommen. Auch gerade in dem Bereich der erblichen Veranlagung haben wir das Problem, ja da kannst du sowieso nichts machen. Gut, wir schauen uns das nochmal an. Also was können so Neurodermitis-Schübe auslösen? Das ist klimabedingt. Wir wissen ja, es gibt klimatische Veränderungen. Da sagt man mehr Klima, das macht das Ganze wieder besser. Allergene natürlich, müsste man gucken. Hautirritation hier, das sind dann wirklich störende Faktoren wie Creme, Salben, Parfüme, Duftstoffe, Waschmittel und solche Geschichten. Dann gestört der Schutzfunktion der Haut natürlich durch die Talg- und Schweißdrüsenunterfunktion. Also das bitte nochmal merken, Unterfunktion. Ist auch dann nachher für die Symptome sehr klassisch, dass uns dieser Talg fehlt. Wir merken das dann nämlich an der Behaarung. Unsere Haare und dieser Talg, der auch unsere Haare natürlich umhüllt, führt dies zu diesem, wie wir so schön sagen, das glänzende Fell. Und das haben wir in dem Fall eben nicht mehr so. Dann eben diese zelluläre und humorale Immunaktivität, eben diese IgE-Geschichte. Neurodermitis-Persönlichkeiten gibt es da noch. Das sind dann sowieso Personen, die eben atopisch sind, also zu diesen Allergien sowieso neigen. Und Emotionen und Stress, die darf man hier definitiv nicht außer Acht lassen, die dann nämlich solche Symptome maßgeblich verstärken können. Gut. Welche Symptome und wie ist der Verlauf haben wir? Normal beginnt das im dritten Lebensmonat. Das heißt also, in den Babyalter kann man das schon diagnostizieren und feststellen. Das ist für die Kids natürlich dann immer das Schlimmste, weil das juckt natürlich auch. Die haben Bedürfnis, sich zu kratzen und das muss unterbunden werden. Das heißt, die kriegen dann auch so Handschuhe an und so Strampelanzüge, wo die dann eben nicht die Finger bewegen. Also schon, aber wie so Fäustlinge, damit die sich nicht aufkratzen. Weil das ist auch mit einer der schwierigsten Komplikationen dann, wir kommen noch drauf, wenn ich da eben so Superinfektionen dann herbeiführen kann. Genau. Wir haben eben dieses massive Jucken und Kratzen. Es kommt dann eben zu diesen bakteriellen Sekundärinfektionen. Auftreten tut es in Wange und Stirn. Das kommt dann, wenn sich das infiziert und ich da jetzt noch Erreger hineinkratze, zu diesen nässenden Hauterscheinungen. Ich denke, das ist nachvollziehbar, was da passiert. Typisches Ersterscheinungsbild bei Babys, wo man schon sagt, das könnte schwierig werden. Wie gesagt, aber nochmal, das ist kein Beweis dafür. Das ist mal ganz entscheidend, dass ihr das versteht. Es geht nicht darum, dass das das beweist, sondern es ist ein Hinweis drauf, sind diese Milchschaufablagerungen. Das hat mein Sohn auch gehabt zum Beispiel, hat heute mit der Haut überhaupt keinen Stress. Das sind auf dem Kopfhaut obendrauf so schuppige Ablagerungen, die dann eben feinlamylös sich ablösen und das ist dieser typische klassische Milchschauf. Im Kindesalter, wenn die dann älter werden, wird die Haut dann eben trocken und die Haare glanzlos, weil es eben zu dieser verminderten Talgproduktion kommt. Das heißt, die Kids leiden dann unter trockener Haut und das ist dann auch genau das, wie man dagegen vorgeht, nachher später in der Behandlung, eben dass man hier rückfettend wird, dass man mit Ölen arbeitet, mit Fetten arbeitet, fettige Cremes nimmt und keine austrocknenden Cremes, sondern Cremes, die eben diese Fettproduktion der Haut unterstützen und hier eben die fehlende Talgproduktion ergänzen können. Lokalisation, das ist auch wichtig, das wird nämlich später bei der Schuppenflechte andersrum sein, haben wir hier Ellenbeugen, Handgelenke und die Kniekehlen. Das ist bei der Schuppenflechte nachher genau andersrum. Das ist also mit so eine Sache, die immer wieder gerne gefragt wird, wo es dann heißt, was sind die Prädilektionsstellen der Schuppenflechte oder der Neurodermitis und dann werden eben diese Prädilektionsstellen so ein bisschen vermischt und ihr müsst dann so die richtigen raussuchen. Gut. Was ist noch ganz typisch dafür, so wie wir es schon hatten, bei Jugendlichen und Erwachsenen kommt es dann eben zu diesen symmetrischen Hautveränderungen. Also auch das ist ganz typisch, dass das immer gleichzeitig auftritt. Das wäre für uns wieder für eine Differenzialdiagnose wichtig, um zu sagen, ist es jetzt zum Beispiel eine Irritation? Also hat er sich jetzt verbrüht oder hat er jetzt irgendeine Kontaktallergie? Also weil er jetzt, was weiß ich, das nur auf einer Seite hat oder durch thermische Einwirkungen hier irgendein Problem oder geht es eher in diese systemische Neurodermitis-Richtung. Genau. Hals, obere Brustbereich, Schultergürtel, Handrücken und Gelenk beugen, wie gesagt. Bei der Schuppenflechte haben wir es an den Streckseiten, bei der Neurodermitis in den Beugen. Haare sind trocken und glanzlos, eben bedingt durch die generalisierte Unterfunktion dieser Talgdrüsen. Auch die Gesichtsfarbe ändert sich dann. Hier noch eine wichtige Kontraindikation, Differenzialdiagnose, hier die Eisenmangelanämie. Auch hier gibt es diese Mundwinkelragaden hier an den Kanten, diese Einrisse. Wäre also hier nochmal eine Differenzialdiagnose, wenn ein Patient kommt und darüber klagt, könnte man eben hingehen, okay, Eisenmangelanämie oder eben entsprechend diese Neurodermitis-Verdachtsproblematik. Psychische Belastung, kaltes Wetter, können die Symptome dann entsprechend verschlimmern. Also auch hier im Winter wird das dann wieder schlimmer, kalte Nässe oder sowas und im Sommer haben die Patienten in der Regel weniger Probleme. Was sollte man sich merken? Die Stellen, an denen das auftritt, heißt also da, wo ich dann auch Belastungen habe. Bei den Säuglingen ist es der behaarte Kopf, immer an diesen Milchscharf denken, Gesicht, Rumpf, Streckseiten der Extremitäten, typisch für Säuglinge, würde jetzt wieder auf Schuppenflechte hindeuten, wechselt nämlich dann später. Im Krabbelalter sind es nämlich die Knie, wir haben hier nämlich eine höhere Belastung. Im Kindesalter wechselt das dann nämlich von den Streckseiten zur Ellenbeuge. Handgelenk, Knie, Kehle, hier waren es noch die Knie, hier sind es dann die Kniekehlen, auch der Nacken, hier gibt es dieses typische Symptom des Dirty Necks, nennt sich das, also dreckiger Nacken, bedeutet durch diese ganzen Infektionen und immer wieder Hautschuppungen wird das auch farblich sich verändern und wird dann so fahlgrau bräunlich verfärbt. Das ist dann dieses Symptom des Dirty Necks, auch das seitliche Gesicht, Augenlider auch sehr gerne genommen. Hier gibt es noch so eine ganz typische Falte, die man auch im Vorfeld erkennen kann, die darauf hindeutet, dass es sich bei den Patienten um einen handelt, der eher in solche allergischen Reaktionen hineinfüllt. Jugendliche und Erwachsene, da bleiben wir dann im Prinzip im Brustbereich, Schultergürtel, Handrücken und die Gelenkbeugseiten, das ändert sich dann nicht mehr. Aber bei den Babys sind es die Streckseiten, bei den Älteren dann entsprechend die Beugen. Welche Komplikationen kann es geben? Das, was wir vorhin schon gesagt haben, im Prinzip genau das, diese Superinfektion. Heißt also mit Staphylokokken zum Beispiel, dann haben wir diese gelben Pusteln mit Krusten oder hier, was auch sehr gerne passiert, was gefährlich ist, Herpes-Simplex-Infektionen, die dann sehr massiv sich ausbreiten, nämlich genau über diese ganzen Strukturen hinweg. Gerade bei Säuglingen und Kleinkindern. Deswegen ist es da so wichtig, dass man dafür sorgt, dass die sich nicht kratzen. Wer Babys schon hatte oder Kleinkinder, der weiß, die Fingernägel von denen sind so hauchfein, die sind fitze, fitze scharf und wenn man da nicht aufpasst, kratzen die sich natürlich sofort und das kann dann zu solchen schweren Infektionen führen, gerade bei Herpes-Simplex-Geschichten. Deswegen immer, wenn ihr Herpes-Simplex habt, in einer sehr ausgeprägten Form im Gesicht, ist irgendwann auch für uns die Luft raus und dann ist es einfach an den Arzt abzugeben. Definitiv sowieso als Herpes-Simplex-Geschichte, aber wir kennen, wer davon betroffen ist in den Lippen. Das ist eine Sache, die ist nach ein paar Tagen erledigt, sieht blöd aus und ist lästig und alles, aber ich werde nicht daran sterben. Sollte das aber über einen gewissen Bereich hinausgehen, muss man auch immer an eine Immunschwäche denken. Also das ist das Problem an der Geschichte. Gut, dann Dellwarzen können dann natürlich auch leichter auftreten, da sowieso Behandlungsverbot für die bei uns besteht, weil eben Dellwarzenbefall im Behandlungsverbot drin ist, ganz genau. Und dann die Erythrodermie, das wäre dann auch so eine Komplikation, die dazu führt, dass die ganze Haut feuerrot wird, weil die einfach jetzt nicht mehr kann. Das heißt, wir haben hier einen massiven Neurodermitis-Befall und der jetzt dazu führt, dass die ganze Haut reagiert und zwar komplett am ganzen Körper und es eben zu dieser Erythrodermie kommt, was für den Patienten sehr, sehr belastend ist. Hier jetzt nochmal für die Diagnostik so ein paar Hinweise. Und zwar, es gibt diese Danny-Morgan-Falte. Es ist immer die Frage, was das ist. Ihr seht das hier, das ist diese Falte, die man hier unter dem Auge sieht. Das ist eben so etwas Typisches, wo man sagt, ja, wenn die Kinder oder wenn Jugendliche so eine Danny-Morgan-Falte haben, die kann auch doppelt auftreten, also zwei, dann ist das schon, ja, das könnte sein, dass dieses Kind irgendwann mit Neurodermitis oder mit Hautproblemen zu tun hat. Dazu kommt noch der Dermographismus. Das kommt noch, genau das ist das, was man hier sieht. Es gibt den roten und den weißen Dermographismus. Normalerweise ist er rot. Das bedeutet, ich kratze dir mit einem Holzspatel über die Haut und dann färbt sich diese Kratzstelle rot. Das wäre normal. Und jetzt gibt es hier dieses, dass das so wie hier nicht rötet, sondern die Kratzspur abblasst, weißer Dermographismus, der eben dann auch mit darauf einen Hinweis gibt, dass es sich eher um so Atopiker handelt und Patienten, die eher Hautprobleme bekommen. Genau, was haben wir sonst noch? Ja, die allgemeinen Geschichten, Familienanamnese, heißt also, wenn das familiär schon öfters da war, Mama, Papa, Bruder, Schwester, Onkel, Tante, schwierig, schwierig, dann natürlich Jucken, Neigung zu Hautreizungen grundsätzlich, das heißt also Waschmittelunverträglichkeiten, man sehr, sehr schnell mit der Haut auf irgendwelche Fremdstoffe reagiert. Diese Falte, wie wir es ja hatten, Furchen der Haut, also auch hier, dass die Haut sowieso schon irgendwie ein bisschen pergamentartiger aussieht, faltiger ist, wie das normal der Fall ist und eben diese Schweißbildung, die reduziert ist und diese Talgdrüsenbildung, die reduziert ist. Ganz genau. Hier seht ihr, haben wir das da? Dermographismus, da steht es ja, weißer Dermographismus, genau, so wie wir es erklärt haben. Hier seht ihr jetzt nochmal bei einem etwas älteren Patienten, das mit diesen Augenfalten, der hat die auch, die sind bei dem aber halt nicht mehr so stark ausgeprägt, was aber nicht heißt, dass das weniger einen Hinweis drauf gibt. Also das ist nochmal ganz typisch, hier nochmal der weiße Dermographismus. Hier haben wir das Dirty Neck, so wie wir es schon gesagt haben, also der Nackenbereich, in dem das halt auch sehr häufig auftritt und durch die ständige Entzündung bzw. Hauterneuerung, das dann eben zu diesen Verfärbungen kommt. Auch diese Kopfschuppung hatten wir dann schon, im Babyalter, wie gesagt, war das der klassische Milchschauf. Ansonsten eben Schuppungen im Gesicht der Extremitäten. Auch die Brustwarzen-Extreme sind hier dann sehr häufig, gerade für Frauen und Mädchen etwas lästiger, bei Männern eben auch auftretend. Und Nahrungsmittelempfindlichkeiten, auch das, da muss man gucken. Das heißt also, man kann hier die Symptome der Neurodermitis verbessern, wenn man eben auf die Ernährung achtet. Was daraus muss, das muss man ausprobieren. Also hier gibt es keine typischen Nahrungsmittel, wo man sagt, wenn du das isst, schlecht, schlecht und wenn du das isst, besser, besser. Das haben wir bei der Schuppenflechte wieder, das haben wir nicht bei der Neurodermitis. Hier ist es wirklich so, dass man sagen muss, probiert das aus, versucht mal, was weiß ich, Süßstoffe rauszulassen, wenn es nicht ist, okay, dann Zucker, wenn es das nicht ist, okay und so weiter. Das muss man probieren. Da muss jeder selber herausfinden, was für ihn das Beste ist. Auch so Bindehautentzündungen, Konjunktividen können immer wieder auftreten oder eben auch im schlimmsten Fall diese Hornhautverformung mit einer Linsentrübung, also sprich einem grauen Starr, der bedingt durch diese Erkrankung auftreten kann. Wie wird jetzt therapiert, wenn wir das haben? Schulmedizin ist im Prinzip noch sehr lange konservativ. Es gibt eigentlich nicht sehr viel, was wir dann nicht dürften. Wir kennen auch die Werbung vielleicht, Linola, das sind diese Produkte, die genau dafür gemacht wurden. Heißt im akuten Stadium, wenn das also sehr massiv läuft, dann geht es mit feuchten Umschlägen. Zinkschüttelmixturen gibt es da oder halt entsprechend Cortisone, Glucocorticoidlösungen, die gegeben werden, um auch den Juckreiz ein bisschen zu nehmen und das Immunsystem einfach ein bisschen einzudämmen. Im subakuten Stadium gibt es dann so weiche Zinkpasten, auch wieder Glucocorticoidcremes, die man nutzen kann oder halt eben so Bäder, die gerbend wirken mit Gerbsäuren, um einfach der Haut hier was Gutes zu tun. Und im chronischen Stadium eben, da sind diese Linola-Geschichten, fettende Salben, Harnstoffsalben, Ölbäder. Im Alter, wie gesagt, wird es meistens ein bisschen besser. Warum aber auch, weil sich dann meistens die Lebensumstände etwas optimieren, ein bisschen mehr Ordnungstherapie, ein bisschen mehr Hautpflege, ein bisschen geregeltere Alltag, weniger Alkohol, bessere Ernährung. Meistens dann das eben die Ursachen, die dann dazu führen, dass es besser wird. Okay, also lasst uns nochmal zusammenfassen. Neurodermitis, eine Erkrankung, die im frühen Kindesalter auftritt. Daran denken, Babyalter haben wir die Streckseiten, jetzt wechselt sich dann, wird zu den Ellenbeugeninnenseiten, also die Beugeseiten der Gelenke. Dort haben wir die Prädilektionsstellen. Früh, vorzeitig, aber darauf hinweisen, ist diese Falte am Lied. Weißer Dermografismus, das ist das Drüberkratzen mit irgendeinem Spatel oder sowas. Also bitte, wie gesagt, nicht mit irgendwie Fett im Fingernagel einen Mordskratzer machen. Diese Patienten reagieren sehr, sehr schnell. Man nutzt dafür normalerweise so einen Mundspatel oder sowas und dann kann man da sehr schnell diesen Dermografismus dabei herstellen, was eben wieder ein Zeichen dafür ist, dass es sich um einen Atopiker handelt. Was hatten wir noch? Ja, Milchschauff, genau diese Geschichte hier oben auf dem Kopf. Dann eben die Handgelenke, überwiegend davon betroffen. Jucken tut das Ganze. Aufpassen, Superinfektionen, das heißt also Kratzen und so, das sollte man eben nicht tun, weil das eben dazu führt, dass weitere Keime und Erreger in die Haut eingetragen werden. Ursache ist in der Regel diese schlechte oder verminderte Teigproduktion, die dann eben dazu führt, dass die Haut auch trocken wird. Deswegen auch diese trockene Haare, die eben nicht glänzen, diese nicht glänzenden Haare, die man hier eben dann auch feststellen kann. So, Behandlung, ja, Ursachenbeseitigung, wenn man sie rausfindet. In der Hinsicht eben Allergene rausnehmen, Nahrungsmittelumstellung, sowas muss man probieren. Ist nicht das Allerweltsmittel. Hoffen, dass es im Alter besser wird, wenn man dann mal durch die Pubertät durchkommt. Ansonsten solche Öle und Bäder, die das Ganze dann eben so ein bisschen rückfettend wirken und die Haut hier einfach beruhigen. Okay, das soll es zur Neurodermitis für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Guckt es euch einfach nochmal an, lest euch durch und nächsten Sonntag sprechen wir über die Schuppenflechte. Ich bedanke mich, wünsche euch noch was. Alles klar. Ciao. Tschüss.